Oh Alter, was geht ab, Leute, Hunger? So, Lifestream hat begonnen. Alessio, was geht ab, Mann? Du bist der Erste. Was geht ab, Leute? Oh Alter, was geht ab, Mann? Oh Alter, was geht ab? So, wieso wird das nicht aktualisiert hier? Moment. Okay. Noch mal Refreshen hier. Was geht ab, Leute? Noch ein Thumbnail. Ich mach das immer ohne Thumbnail. Warte mal. Schau mal kurz ab, wie das hier aussieht. Das sieht ernst blöd aus, Mann. Das Thumbnail für meinen Livestream gerade. Oh Gott. Ja, egal. Ja, Mann, zappt das. Das sollte das Thumbnail werden. Was ist das? Warum nicht? Legendärger verdienen mehr Respekt. Auch wenn sie schlecht sind. Legen. Was will man sonst machen, wenn ich Legen werde? Was ist das? Was ist das? Ja. Keins. Mach morgen noch drei, dann viel Glück, Mann. Immer geduldig und langsam werfen. Nein, Mann, Kina. Du bist schlecht, Mann. Ich bin krass. Das hat eigentlich 100er zappt das auf Nummer 15. Ich leider nicht. 91er Mewtwo mit 11 ATK pushen. Kommt drauf an, wie viel Mewtwo du hast. Wenn du sein einziger hast, dann push ihn. Wenn du 2 hast, dann push ihn. Wenn du 10 hast, dann push ihn nicht. Hab ich das Spiel auf Englisch gestellt? In dem das ganze Gerät auf Englisch ist. Latios. Legit gefangen. Glückwunsch, Mann. Habt ihr schon gefangen? Natürlich nicht. Das können wir in der Stream direkt ausmachen. Team Mystic DrioCon. Ja, alles tut bei mir, Mann. Was geht ab? Warte mal. Mach mal hier einen Instagram Post. Oder mach ich das? Ja, Mann, ich mach das schon. Warte mal. Können alle hi sagen, ihr seid jetzt in meinem meiner Instagram Story. So. 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 Ich muss nochmal machen. Das mit Boneschau. Warte mal. So. Livestream. Ausrufe zeichnen. Schwarz. Okay. Ups. Kannst du deinem ersten Raid nicht machen. Nicht kommen. Was sollst du machen? Keine Ahnung, Mann. Wieso fragst du mich, was du machen sollst? Das ist dieses Feuerzeichen. Ich brauche ein bisschen Feuer hier. Okay. Moment. Ich muss erstmal schauen, ob ich irgendwelche Sachen abfotografiert habe, die ich nicht zeigen sollte. Immer schön durften Leute. Ähm. Ne. Passt alles. Passt alles. Okay. 100erzapp, das hat 147 vor. Wahrscheinlich morgen hoffentlich. Zumindest einen davon. Also kippt ihn noch schon und diesen einen muss ich auch noch machen. Kapilz. Ah, ich hab gehört. Kapilz soll ein schwach sein. Ah ne, nicht Kapilz. Oder? Ich weiß grad nicht. Ich hab grad irgendwas gelesen. Irgendeiner soll ein schwach sein. Ich weiß nicht mal, ob es Kapilz war. 96er Corsa, 93er Qge, 100er Stolgock. Was ist ein Stolgock, Mann? Warte mal, ich muss mal den Scheiß hier leiser machen. Doch, Kapilz. Kapilz war der, der Endschweck sein soll. Okay. Kapilz hat vielfach Schwäche. Jaja, genau. Schauen wir mal, ob der einen Mewtwo überlebt. Rasaff ist schwach. Rasaff ist auch Level 2. Also natürlich ist Rasaff schwach. Oh mein Gott. Puh. Es hat glatt gehangen. Ich dachte, wir sind wieder abgestürzt. Puh. 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 Aus für den Gang? Na klar, das ist auch keine gute Zeit. Okay, außer für Schüler, da ist die Schule schon aus, aber. Es gab zwei Agenten, wo ich eine Einladung hätte bekommen können. Der beim Steinbrunn und Food Court Pasing. Food Court Pasing ist 17 Uhr bis 17.45 Uhr. Das hätte ich sogar noch geschafft. Hätte ich gesagt, okay, ich gehe eine Stunde früher oder so. Aber so 11 Uhr, 12 Uhr nachmittags. Mittendrin, was soll das, man? Oh, der Chris, was geht ab, man? Chris Breezy am Start. Wieso bin ich ein Mädchen im Pokémon Go? Weil die einfach besser aussieht als der Typ. Wie viel Scheines habe ich? Ich habe ein Paar. Heute ist die erste Arbeitszeit. Oh mein Gott, leidend, Mann. Ich hoffe, das ist wenigstens Spaß. Hi, Fitball. Habe ich Hartz IV beantragt? Wie soll denn das gehen, Mann? Hartz IV ist für Arbeitslose. Ich arbeite 40 Stunden die Woche. Plus YouTube. Plus andere Sachen. Alle Shinies, das habe ich schon so oft gemacht, Leute. Aber könnt ihr gerne nochmal sehen. Ups. Ups. Zing, Pyro. Danke für ein Abo. Und zum ersten Mal hat das Soundeffekt funktioniert. Alter. Ihr wisst nicht, wie lange ich an dem Soundeffekt gearbeitet habe. Und zum ersten Mal hat es funktioniert. Seitdem wir streamen. Yo, Dr. Willy. Mit dem Soundeffekt am Start. Danke für dein Abo. Warum ist die Uhrzeit bei meinem Handy falsch? Ähm, ist es nicht. Dasselbe kennt ihr wahrscheinlich von Spieletrend. Ich habe es hier angesteckt. Und sobald man das ansteckt, iPhone, Apple, iPad, Mac, dann wird immer diese Zeit angezeigt. Das ist die angesteckte Zeit. Keine Ahnung. Es ist immer 9,41. So, jetzt haben wir ein Ding verpasst. Ein Rauch-Pokémon wegen dem ganzen Schmarrn hier. Jetzt müssen wir warten, bis wir alle wieder am Start sind hier. Oh mein Gott. Ich bin wieder bei 1,50 gelandet. Wir haben wieder ein... Wir haben wieder zwei Teile. Wieso? Wieso passiert das immer? Dass es sich in Teile auflöst. Naja, egal. Push mal ein Shiny? Nein, niemals. Es sei denn... Achso, ich habe schon einen gepusht. Also nur gute IV. Und das einzige mit gutem IV ist sein 96er Visafloor. Rubel, danke für deine 2 Euro. Ärger Mann, wenn mich mal im normalen Video grüßt. Ich werde sicher nicht dran denken, aber trotzdem danke dir, Mann. Mit dem Sound-Effekt diesmal. Du-du-du-du-du-du-du-du. Es ist eine von den drei Arena, eine X-Ray Arena, ja, die blaue hier und die blaue hier. DM ist nächsten Monat in Mainz, kommst du? Nein, wir fahren zur ÖAM. Wir wollten zur DM, aber keiner von den Jungs wollte, alle tot, alle voll. Und wenn überhaupt, dann fahren wir nur zur ÖAM, in Salzburg, weil das halt am nächsten ist. Was schade ist, weil DM bockt sich natürlich viel mehr. Wie sehen meine Zukunftspläne aus? Gleich werden. Du wirst zu 74er Mew pushen, ja, push, du hast nur ein Mew. Oberhausen, Oberhausen ist krass. Wann kommt der Ente wieder? Wer weiß. Stuttgart. Stuttgart ist gar nicht so weit weg. Und Patrick, danke für deine 2 Euro. Und wieso hat der Sound jetzt bei dir nicht funktioniert? Hast du heute schon ein Shiny-Kampf-Pokémon? Nein, habe ich noch nicht, leider. Aber hoffentlich diesmal mehr Glück. Weil mal habe ich keinen bekommen. Hoffe ich bei diesem Event mal wieder was. Ah, jetzt. Mit Verspätung. Patrick, danke dir. Wie gut ist Zapdos, also das Zapdos. Wir haben es noch nicht gefangen. Wir fangen es nach dem ersten Rauch. Ein Rauch, ein Zapdos, noch ein Rauch, dann war es das. Dann muss ich noch das Video für morgen machen. War ich schon mal in Wien Pokémon spielen? Nein, leider nicht. War das in deinem letzten Video wirklich YouTube-Money, was du in deinem Unterbank-Gold hast? Jein. Also YouTube-Money kommt natürlich auf mein Konto. Aber da kommt jedes Money hin, also nicht nur YouTube-Money. Das kann als Gemü saftig. Nein, aber es ist okay. So, IV-Check. Oh, möglicherweise 98. Leider, ein Wert hat gefehlt, Mann. Dann hätte ich einen neuen Hunderter im Stream gefangen. Schauen wir nochmal, vielleicht haben wir die KP übersehen. Ne, leider. Falls einer von euch Bock hat, kann er das ausrechnen. Möglicherweise 98. Wie viel IV hat mein Mio? 82. Oder? Ja, irgendwie sowas. Denkst du, Maps werden irgendwann wieder funktionieren? Irgendwann, aber nicht auf Dauer. Habt ihr die Werte abgespeichert? Checkt den mal ab für mich, bitte. Denkst du, ich könnte mit dem 20, 25 und 23-Accounten-Absolid machen? Ja. Denk ich schon, oder? Müsste schon kloppen. Ein neues iPhone wird aus Tradition den Mitarbeitern um 9.41 Uhr vorgestellt. Daher die Zeit als Erinnerung an die ersten iPhone-Vorstellungen. Ah. Shiny Hageyama sieht mega nice aus. Ja, finde ich auch. 15, 15, 8. Alter. Weg damit. Richtig tot. 15, 15, 8. Ich kann dich heute schon Zaptos fangen? Mit Tricks. Wer meine Videos schaut, der würde wissen, wieso. Wer die nicht schaut, der hat Pech gehabt.